Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Bürstadt im Kreis Bergstraße sind am Mittwochabend beide Fahrer ums Leben gekommen. Die Fahrzeuge stießen laut Polizei aus unbekannter Ursache auf der B47 frontal ineinander. Beide Pkw-Fahrer starben an der Unfallstelle. Ein 36 Jahre alter Beifahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die B47 war während der Bergungsarbeiten bis in den frühen Donnerstagmorgen gesperrt. Beide Pkw-Fahrer